Hey Leute und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video ist einfach nur ein kleines Infovideo, was meine vorproduzierten Videos angeht. Ich bin die nächsten zwei Wochen in Frankreich, das heißt, ich habe da nicht so gut immer die Chance aufzunehmen und so. Deswegen habe ich vorproduziert, jedoch was mir passiert ist, ich habe alles am Stück aufgenommen. Und was mir halt passiert ist, ist, dass meine Stimme heilt. Und dagegen konnte ich leider nichts machen. Ich hoffe, es wird, also ich habe es jetzt behoben, ich hoffe, es stört euch nicht. Ich glaube, es sind so sechs, sieben Videos. Ich werde es hier trotzdem bringen, weil sie einfach echt geil geworden sind. Und ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir mit dieser scheiß Qualität. Und ja, wünsche ich einfach euch noch einen schönen Tag und tschüss.